Und das neunte Päckchen müsste nun der Kreuzkühne sein. Ein herrlicher Geruch, ein herrlicher Geruch, ich freue mich schon sehr, dass wir den verbraten, dass wir den verarbeiten. Danke, liebe Innes. Eine Volksweise zum 9. Dezember. Schneeflöckchen, Weißröckchen, jetzt kommst du geschneit, du wohnst in der Wolke, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern.